Gopas und Gopis Die Lilakrishnas im Erdenland ist durchwoben von seinen Kämpfen mit den Dämonen, welche die Bhaktas bedrücken und die Erde quälen. Um die Last der Erde hinwegzunehmen, die weinend um Hilfe gefläht hatte, stieg er herab. Fußnote 164 Bhagavatam 10.1.18 Auch das war eine Bedeutung seines Kommens. Vishnu, der weltzugewandte Gott, der nebst allen anderen Aspekten und Teilaspekten Gottes in Krishna eingegangen ist, bestraft die Dämonen. Im ewigen Reichegoloka gibt es kein Dämonentöten. Als der böse König Kamsa nach Krishnas Geburt den Asuras den Auftrag gab, alle neugeborenen Kinder bis zum Alter von zehn Tagen zu töten, da sandte er auch die Unholdin Putana aus. Es gelang ihr, so fügte es die Yogamaya, den Strom der Yamuna zu überqueren und Gokula zu erreichen. Dort angekommen, verwandelte sie durch Zaubermacht ihre Schreckgestalt in eine schöne junge Frau. Einer Gopi ähnelnd trat sie in das Haus Jashodas ein. Nanda war damals gerade mit einer Reihe von Gopas nach Matura gegangen, um an Kamsa Tribut zu bezahlen. Putana nahm das Krishna-Kind auf ihren Schoß und reichte ihm ihre von Gift triefende Brust. Das Kind, das erst sechs Tage alt war, begann an ihrer Brust eifrig zu saugen. Es zog alle Dämonenkraft, alle Finsternis aus Putana heraus, sodass diese vor Schmerz aufbrüllte und ihre echte Leibesgestalt sichtbar machend ins Freie stürzte und wie an Gebirge tot niederfiel. Nanda, der eben heimkehrte und die entsetzten Gopis fanden das Kind völlig unversehrt. Brahmanen mussten nun vedische Hymnen über dem gefährdeten Kind singen. Nach jeder Todesgefahr, der das Kind anscheinend mit knapper Not entronnen ist, weihen die Gopas immer aufs Neue mit heiliger Asche Krishnas Scheitel und Stirn und Brust. Zwölf Stellen seines schlanken Leibs, den zwölf großen Aspekten des Gottes, der Allmacht, dem diese Körperteile zugeordnet sind und flehen zu Narayan, dass er das hilflose Kind beschirmen möge. Denn Krishnas göttliche Lieblichkeit hindert sie ja ständig, seine Gottesmajestät wahrzunehmen. Der Kampf mit den Dämonen hat ganz verschiedene Bedeutungen. Erstens für Krishna und seine ewigen Mitspieler. Zweitens für den Adepten auf Erden. Für diesen stellen die Dämonen Hindernisse auf seinem Wege dar, die er durch wachsame Selbsterkenntnis überwinden muss. So bedeutet zum Beispiel die Dämonin Putana, Bhagavatam 10.6.1-18, den Pseudoguru, der dem Schüler das Gift von Unwahrheit und halben Wahrheiten darreicht. Der schwere Ochsenkarn, den das kleine Krishna-Kind umwirft, Bhagavatam 10.7.7-12, bedeutet bloße Bücherweisheit. Der Wirbelwind, Drinavartha, Bhagavatam 10.7-20-32, ist ein philosophisch weltanschaulicher Wirbelwind. Der Asura in Gestalt eines Kälbchens, Bhagavatam 10.11-41-44, ist der Adept, der sich zu kindisch benimmt. Die Riesenschlange Aka 10.12.13-44, ist ein Symbol der Grausamkeit. Der Schlangendämon Kaliya, der das Wasser der Yamuna vergiftete und auf dessen tausend Häuptern der sechsjährige Krishna tanzte, 10.15.47 bis 10.17.19, bedeutet das schlangenartige Chitta des Menschen, mit den Fängen der Wunsch- und Hasskeime, Vasana und den Giftzenen des Genießen-Wollens und dem Gift des für sich Haben-Wollens, das die ganze reale Wirklichkeit vergiftet. Der Denuka Asura in Gestalt eines Esels, 10.15.20-49, bedeutet, selbst die schönen Dinge der Bhakti nicht verstehen können und den anderen daran hindern, sie zu verstehen. Der Pralapta Asura im Gewand eines Spielkameraden, 10.18.17-32, bedeutet intime Freundschaft mit Bhaktilosen Menschen, die sich dem Adepten anschließen und ihn, ohne dass er es merkt, in die Welt des Genießens zurückbringt. Der Shankar-Judha Asura 10.34.20-32 weist auf die Versuchung hin, unter dem Vorwand der Religion das Leben genießen zu wollen. Der Arista Asura 10.36.1-15 bedeutet, Gott dienen, um Eigenglück zu erlangen. Das Kind, das die Dämonen vernichten wollen, ist der Keim der sich sacht manifestierenden Gottesliebe in dem Adepten. Für Krishna selbst sind die Auseinandersetzungen mit den Dämonen ein spontanes Spiel. Dass die Asuras dabei oft den Tod erleiden, bedeutet in Wirklichkeit, dass sie ihre Finsternis, Tamar, das heißt, die ihrem Atmer übergestülpte Dämonengestalt, verlieren. Sie erlangen Erlösung, Mukti, ja zuweilen sogar Bhakti, wenn sie von Krishnas kindliche Mund oder seinen kleinen Händen oder tanzenden, zarten Füßen berührt werden. Für Krishnas Diener und junge Freunde und Eltern und die jungen Gopis, die ihn lieben, die sich verzehren, ihm dienen zu dürfen, steigern die Gefahren, in die er sich oft mutwillig stürzt, ständig ihre Prema Bhakti zu ihm. Die jungen Gopis singen, als sie nachts Krishna suchen. Aus dem gifterfüllenden Wasser, von dem Dämon in Gestalt einer Schlange, von Regen und Sturm und Blitzesfeuern, vor dem Dämon in Gestalt eines Kalbs, von Furcht und Gefahren auf allen Seiten, oh du Edelster, sind wir immer wieder von dir beschützt worden. Bhagavatam 10.31.3 Regen und Sturm und Blitzesfeuer hob und sieben Tage schirmend über das Hirtenvolk und seine Herde hielt. Bhagavatam 10. Kapitel 24 und 25 10.26.25 Die Gopas achteten gar nicht mehr auf den Hagelsturm. Sie überlegten auch nicht, wie ein Kind das vermochte. Sie blickten nur in das lächelnde Anlitz ihres Krishna. Die mit Krishna gleichaltrigen oder ein wenig älteren oder jüngeren Gopaknaben, mit denen er die Kälber und später die Kühe von Vraj hütet, beglücken ihn durch ihre vertrauliche kameradschaftliche Liebe. Er, der unendliche Gott, düngt ihnen keineswegs höher, als sie zu sein. Kein Hauch von Ehrfurcht trübt ihre innige Freundschaft. Sie reiten auf Krishnas Schultern und er auf den Iren. Im Kampfspiel wird er zuweilen von ihnen besiegt. Zusammen ahmen sie die Stimmen der Pfauen nach, zusammen schwingen sie wie Affen von Baumwipfel zu Baumwipfel. Gemeinsam schmausen sie am Ufer der leuchtenden, flutenden Yamuna. Jeder der Freunde, die im großen Kreis rings um Krishna sitzen, ist ganz gewiss, dass Krishna gerade ihn mit besonderer Liebe anblicke. Doch ist es ihnen keineswegs intellektuell bewusst, dass Krishna der Allschauende, der Allseits, Anlitz, Seiende ist. Staunend hatte Brahma, der Weltenbildner, schon vorher die Spiele des Knaben Krishna auf Erden verfolgt. Ureinst, noch bevor er das allererste Mal dieser Welt von Zeit und Raum und Naturgesetzen formte, hatte er in das unendliche, ewige Reich der Gottes Majestät hineinblicken dürfen. Und Narayana selbst hatte seinen Diener Brahma damals für ferne Zukunft die Erschließung eines Geheimnisses verheißen. Nun, da sich die Krishna Lila der göttlichen Lieblichkeit auf Erden begibt, erfüllt sich die Verkündung. Brahma, der Weltenbildner, der dem Majestätsaspekt Gottes zugehört, wird für eine kurze Weile in das liebliche Spiel im Vrinderwald mit hineingenommen. Doch er spielt eine beinahe komische Rolle darin. Fußnote 167 In vielen südindischen Handschriften des Bhagavatam fehlt diese Lila. Aus Bhagavatam 10, Kapitel 13. Da die Vaishnavas bestimmter Traditionsfolgen den Irrtum Brahmas als eine Herabsetzung seiner Würde betrachten. Um Krishna zu einer noch tieferen Enthüllung seines Wesens herauszufordern, bekommt Brahma den Impuls, die Spielkameraden Krishnas und die Kälber zu stehlen und auf dem Bette seiner Maja zu verbergen. Krishna sucht sie. Er, der Allwissende, ganz versunken in sein Knabenspiel, sucht vergebens. Und da verwandelt er sich kurzerhand, ohne sein eigenes Wesen als der Knabe Krishna aufzugeben, auch in Tausende von jungen Freunden und viele Tausende von Kälbern und spielt mit ihnen wie vorher. Aber nachdem fast ein Jahr vergangen ist, bricht Krishna dieses Spiel plötzlich ab. Er lässt die Kälber und Knaben, die er selber ist, in sein eigenes Wesen zurücktreten und befreit seine Spielgefährten. Denen dünkt, es seien nur einige Augenblicke vergangen. Denn Krishna findet viel größere Freude im Spiel mit den Knaben und Kälbern, die aus seiner Chitschakti bestehen, als mit den Knaben und Kälbern, in die er sich selbst verwandelt hat. Brahma aber ist ganz verwirrt. Denn Krishna hat ihn vorher in jedem Knaben und jedem Kalb, die er selber war, einen Narayan, einen Gott der Allmacht und Majestät, als Urgrund eines Universums schauen lassen und sich selbst als Urgrund der zahllosen Narayanas. Er zeigte ihm mitten im Spiel der göttlichen Lieblichkeit und unbekümmerten Ausgelassenheit eine Gottesmajestät, die, wie das Bhagavatam sagt, selbst dem Blick der Upanishaden verborgen ist. Bhagavatam 10.13.54 Und dann ließe er aus Gnade zu Brahma den Mantel der Gottesmajestät fallen und zeigte ihm, was Brahma bisher nicht wahrnehmen konnte. Ein wenig vom wirklichen Wesen der lieblichen Lila von Vrindavan, die sich nun auf Erden entfaltete. Im Bhagavatam heißt es, dass Brahma, der alle Weisheiten der Veden und Upanishaden in sich birgt, ehrfürchtig vor dem spielenden Knaben mit Pfauenfeder im Haar niederfiel. Und mit stockender Stimme pries er Krishna als Bhagavan Svayam und pries die vertrauliche Bremer-Bhakti der Bewohner von Vradsch. Brahma sagte, O wie groß, wie unerhört groß ist das Glück der Gopas in Nandas Land Vradsch. Denn sie haben zum Freunde seiner Ewigkeit die göttliche Fülle des höchsten Glücks des Brahman. Bhagavatam 10.14.32 Ein sehnsüchtiger Wunsch steigt in dem Weltenbildner auf, der Vorbeginn der Weltenschöpfung die Wortoffenbarung aller Shrutis in seinem Herzen von Gott empfing und dann an andere Wesen ausgeben durfte. Er fleht. Das wäre unermessliches Glück Fußnote 169 Das für Glück angewandte Sanskrit-Wort Bhagya bedeutet eigentlich Anteil an göttlicher Gnade. Das wäre unermessliches Glück in Zukunft einmal als irgendein noch so niedriges Wesen hier im Heine von Gokula Geburt zu finden und sich salben zu dürfen. Fußnote 170 Auf Sanskrit Abhisheka die Salbung der Königsgrünung und sich salben zu dürfen mit dem Staube der Füße von jenen, deren ganze Lebenskraft Bhagavan Mukunda ist. Ein einziges Stäubchen von den Lotussen seiner Füße wird ja bis zum heutigen Tag sehnsüchtig von den Schruthis gesucht. Sie suchen es bis zum heutigen Tag ohne es zu finden. Bhagavatam 10.14.34 Brahma stammelt Oder Gott unser Geist ist verwirrt und weiß nicht wohin das führen mag und welche Gabe du den Bewohnern des Hirtenlandes geben willst außer dich selbst. Oh du Frucht aller Früchte ihnen die ihr Haus und ihren Besitz ihre Freunde und das was sie lieben und sich selbst ihre Leiber und ihr Leben ihr Bewusstsein und Unterbewusstsein dir übermacht haben dadurch sogar die Dämonin Putena und ihr Geschlecht durch die bloße Gebärde der Bhakti dich erlangte Bhagavatam 10.14.35 Die 14 Strophen umfassende Hymne des Weltenbildes Brahma im Bhagavatam Bhagavatam 10.14.1-40 bietet den Schlüssel beider Welten des unendlichen ewigen Reis der sich hinschenkenden Liebe und der endlos entstehenden und vergehenden Welt des brennenden Dürstens nach Genuss die Brahma entsprechend den eigenen früheren Taten der Wesen mit dem Guna Raja der Maya immer von Neuem formen muss Eine noch viel größere Intensität und Intimität der Brahma Bhakti als bei den vertrauten Freunden und sogar bei den Eltern Krishnas findet sich in der Liebe der jungen Mädchen und Frauen von Vraja den Gopis Sie lieben Krishna ihren ewigen Freund noch bevor sie ihn jemals auf Erden mit Augen sahen und noch ehe sie seinen Namen hörten und wenn dann im Erdenland dieser Name Krishna zum ersten Mal in ihr Ohr schlägt erschüttert er sie bis aufs Innerste Diese Liebe der Gopis ist den meisten Spielkameraden Krishnas ganz verborgen Sie wissen gar nichts von Krishnas geheimen Spielen nur einige wenige der geliebtesten Freunde sind eingeweiht ihnen enthüllt Krishna sein Herz Sie dürfen helfen um Krishna und die Gopirata wenn die beiden getrennt sind wieder zusammen zu bringen auch der nebst kennt durch durch den Kram von Vraj den Ton der Flöte der das Herz aller Wesen beglückt und sie fingen an von ihm zu singen den Flötenton in ihrem Herzen begehrend und Krishna im Herzen umarmend und einander umarmend Bhagavatam 10.21.6 Jede Strophe des folgenden Lieds wird von einer anderen Gopi gesprochen Die verschiedenen Charaktere der einzelnen Gopis treten dadurch stark hervor Die Gopis erkennen dass der Vrindewald ganz von Krishna erfüllt ist und dass dort alles die Erde die Flüsse die Bäume die Flöte die Kälber die Wolke der Berg Govardhan ihm dem Geliebten dienen darf Sie sind glücklich darüber und doch voller Kram dass sie ausgeschlossen sind von dem unmittelbaren Dienen da sie ihn doch mehr erfreuen könnten als alle anderen Eine Gopi singt O ihr Freundinnen dass wir mit Augen begabt sind hat keinen anderen Sinn als mit diesen Augen zu trinken wie die beiden Söhne des Hirtenkönigs Nanda beglückt durch die Wälder ziehen mit ihrem Vieh und ihren Genossen der Sinn der Augen ist ihn zu erschauen sein Gesicht das der Flöte schmeichelt und seine Seitenblicke der Liebe verstreut Bhagavatam 10.21.7 Eine andere Gopi will in ihrer Scheu vor den übrigen verbergen dass sie solche Liebe zu Krishna im Herzen hat und sie tut so als ob sie von Balaram im gleichen Sinne spreche Mit wundersamen Gewändern sind die beiden bekleidet Krishna in Gold Balaram in Blau und sie sind geschmückt mit Blumengrenzen aus weißen und blauen Lotusblüten und pfaunen Federn und jungen Mangosprossen sie singen sie strahlen wie zwei erlesene Schauspieler auf der Bühne inmitten der Versammlung der Hirtenknaben Bhagavatam 10.21.8 Eine andere Gopi preist zürnend die Flöte und die Flüsse und Bäume O Gopis welches heilige Werk hat diese Flöte wohl einst getan denn sie selber genießt den Nektar Damodars den Nektar der doch den Gopis gebührt und was an Rasa noch übrig bleibt empfangen die Flüsse dann wenn Krishna im Flusse badet und die Bäume vergießen Tränen aus ihrer Rinde so wie edle deren Kind Gott dienen darf Bhagavatam 10.21.9 Eine andere Gopi O Freundin wahrlich der Vrinderwald der auf Erden Gottesreich sichtbar macht breitet den Ruhm der Erde aus denn durch die Berührung der Lotos Füße hast du Erde die wahre Schönheit Lakshmi erlangt es tanzen die wilden Pfauen trunken von der Flöte Govindas sie halten die Melodien für das Rollen des Donners und den blauen Glanz seines Leibes für die Regenwolken und die anderen Tiere auf den Bergen die den Tanz der Pfauen sehen sie meinen der Regen sei nah sie ziehen sich zurück in ihren Höhlen und die Schlupfwinkel der Berge Bhagavatam 10.21.16 eine andere Gopi Gesegnet sind wahrlich diese unvernünftig scheinenden dunklen Gezellen die Harinis in Klammer die wie alle Lebewesen von den Melodien der Flöte betört sind und gemeinsam mit ihren Männchen den Krishna Saras den Tönen der Flöte lauschen und ihren lieblichen Gottesdienst Krishna dem Sohne Nandas in buntem wundersamen Kleide darbringen Bhagavatam 10.21.11 Wieder eine andere Gopi und mit den Muscheln ihrer hochgestellten Ohren trinken die Kühe den Nektar des Flötenlids das aus dem Munde Krishnas kommt und die Kälber stehen unbeweglich während die Muttermilch aus ihrem Munde tropft und sie berühren Govinda in ihrem Atma während Tränen aus ihren Augen rinnen Bhagavatam 10.21.13 Eine andere Gopi Oh Freundin die Vögel in diesem Wald sind wohl große Weise als sie die Süße des Flötenspiels vernahmen haben sie sich hinaufbegeben auf die Zweige der Bäume voller lieblicher glänzender junger Schösslinge und dann lauschen sie mit geschlossenen Augen Von Krishna gesehen in seinem Blick fällt jeder andere Laut ist ihnen entschwunden Bhagavatam 10.21.14 Eine Gopi preist die dienende Liebe der Flüsse zu Krishna Auch die Flüsse die ihn beim Baden getragen sie haben das Lied Mukundas gehört Liebes Leidenschaft erlebten sie am Stromwirbel wurde es gesehen aufgehalten wurden die Ströme in verhüllten Umarmungen umschlingen die Wellen das Paar der Füße Krishnas und bringen ein Lotus Blumen Opfer dar Bhagavatam 10.21.15 Eine Gopi preist das Gottdienen der Wolke Als die Wolke in der Glut der Hitze die Kühe und Balaram und die Gopas sah und Krishna der hintendrein wanderte die Flöte spielend da machte sie mächtig angewachsen ihren ganzen Leib in liebendem Dienen zum Sonnenschirm für den Freund mit blütengleichen Regentropfen Bhagavatam 10.21.16 Eine andere Gopi widerspricht Nein der Berg Govardhan vermöge Krishna noch besser zu dienen Der Berg ist der beste von allen Dienern Haris weil er in heller Freude ist dass Balarams und Krishnas Füße ihn berühren Gottes Dienst tut er beiden und den Herden mit Wasser und Gras zum Weiden und Höhlen und essbaren Wurzeln Bhagavatam 10.21.18 In der Liedstrophe die von der nächsten Gopi gesungen wird bricht plötzlich die Dramatik der Gopi Lila auf Das Stichwort die Geliebte die von allen anderen bevorzugte fällt zum ersten Mal Ganz Erfüllt und am Ziel sind die Frauen der Eingeborenen die im Waldehausen Sie sahen den Safran auf den Halmen der Gräser der voll Schönheit und leuchtender Farbe einst der geliebten Busen schmückte und der zur Zeit des liebenden Spiels den Fußlotus Krishnas färbte Als Krishna dann durch die Heine streifte blieb der Safran an den Halmen der Gräser haften und als die Frauen den Safran sahen kam liebende Diener Qual über sie sie nahmen den Safran bestrichen sich Brust und Gesicht und ließen alle Qual hinter sich Bhagavatam 10.21.17 Fußnote 175 Auch dieser Safran besteht gleich dem Kleid dem Schmuck der Haarbindung dem Blumenkranz der Gopis aus Chit-Jakti aus der lebendigen bewegten Kraft des Gottdienens sich ständig ändernd entsprechend der Lila Der Autor des Sri Chaitanya Charitamrita Krishnadas Kaviraj versuchte als uralter Mann die Liebe der Gopis zu kennzeichnen Die Liebe der Gopis ist lautere fleckenlose Gottesliebe Vishuddha Nirmala Prema Niemals selbstische erotische Lust Karma Sri Chaitanya Charitamrita Adilila 4.139 162 Die lautere Liebe der Gopis wird zwar allgemein Karma genannt aber selbst Gottgeweihte wie Uthava dürsten danach Klammer 28S 163S Zitat aus Gautamia Tantran Fußnote 176 Das Sanskrit-Wort Karma hat viele Bedeutungsschichten Jiva Goswami erklärt im Priti Sandarbha ohne Begehren Karma gibt es überhaupt nichts denn auch das Begehren Krishna zu erfreuen ist Karma Liebe Prema und Begehren nach Lust Karma haben ganz verschiedene Eigenschaften genauso wie Eisen und Gold ihrem Wesen nach verschieden sind in Klammer 140 164 Das Streben des Karma ist lediglich das eigene selbstische Glück des Zusammenseins mit dem Geliebten Das Motiv des mächtigen Prima dagegen ist ausschließlich die Sinne Krishnas zu beglücken Fußnote 177 Es sind Sinne die aus Chit bestehen Die zu ihm gehören die ihn ewiglich lieben geben die Pflichten auf welche die menschliche Gesellschaft als Norm der Sittlichkeit fordert Loka Dharma Sie geben die religiös sozialen Pflichten auf Veda Dharma und auch die Pflichten zur Gesunderhaltung des Leibs Deha Dharma Karma Sie geben die Scham auf Laja Sie geben es auf nach Erwähnung beherrscht zu handeln Tai Ra Sie geben körperliche Freuden auf Deha Sukha und das eigene Wohl Atma Sukha 143 167 Sie geben den Pfad der Edlen auf Arya Pata die man so schwer entsagen kann Sie geben die Pflichten gegen die eigene Familie auf so viel auch ihre eigene Sippe sie bedrohen und schmälern mag 144 168 Alles haben sie aufgegeben und dienen Krishna liebend In Prema dienen sie um der Freude Krishnas Willen 145 169 Der Sinn der vorherrschenden Strophen über das Wesen der Liebe der Gopis bleibt so lange unverständlich als man die Liebe der ewigen Chit gestalten mit der Liebe zwischen Bub und Mädel gleichsetzt Doch handelt es sich hier bloß um die letzte Steigerung einer Erkenntnis die schon einem Bhakta auf einer tieferen Stufe zuteil werden kann Sobald der Bhakta tatsächlich erkannt hat dass er nicht Mann oder Frau nicht Brahmane oder Kastenloser und so weiter ist sondern ein ewiger Atmer der nicht zur sozialen Ordnung der Welt sondern zu Gott gehört dann ist er innerlich von den Menschen Pflichten dieses sozialen Gefüges frei Fußnote 178 Vergleich die letzte Unterweisung Krishnas an Arjuna Gib alle Dharmas auf und nimm einzig und allein bei mir Zuflucht Gita 18.66 Jiva Goswami hat die Voraussetzungen hierfür nach dem Bhagavatam und dem Skanda Brahma Vaivarta Purana und anderen Quellen in seinen Werken Krishna Sandarbha und Gopal Jampu dargestellt Drum wenn man sieht dass die Gopis sich mit dem eigenen Leibe befassen so wisse für sicher um Krishnas Willen geschieht es Sri Chaitanya Charitamrita Adilila 4.153 bis 181 Anblick und Berührung dieses Leibes bereitet Krishna Befriedigung Mit diesen Gedanken waschen die Gopis ihren Leib und schmücken ihn 155 bis 183 Durch meinen Anblick erhält Krishna solche Freude In diesem Gedanken blüht die Gestalt und das Gesicht der Gopi noch schöner auf 162 bis 191 Und noch ein Kennzeichen gibt es dafür dass der Prima der Gopis seinem Wesen nach frei von jedem Hauch der Selbstsucht ist Die Liebe der Gopis steigert die Lieblichkeit Krishnas Diese Lieblichkeit steigert ihr unmittelbares liebendes Dienen und diese Liebe steigert seine Lieblichkeit 167 bis 168 196 bis 197 Das ist die Art der unmittelbar dienenden Liebe die frei von jeder Überdeckung ist dass die Freude des Liebenden im Glück dessen besteht der geliebt wird 170 199 Krishna spricht Arjuna um dir die Wahrheit zu sagen die Gopis sind mein ein und alles Gefährten und Geliebte sie sie umhegen mich wie Gurus sie dienen mir wie Schüler sie sind Dienerinnen deren Dienst ich annehme Freunde sind sie und Frauen und was sind sie nicht noch sie kennen meine Größe sie wissen mir zu dienen sie haben gläubiges Vertrauen zu mir die Gopis allein kennen das Fühlen meines Herzens Fußnote 179 in Sri Chaitanya Charitamrita aus dem Adi Purana eingeflochten der Vers Sri Chaitanya Charitamrita Adilila 4.212 ist in der Ausgabe von Radha Govindanath entfallen Zufrieden Schengen D K K K K K K K Vielen Dank.